Olympia Olympia ist eigentlich ein Kultort in Griechenland, hat sich aber verselbstständigt in der Sprache heutzutage als Bezeichnung für das Ereignis Olympische Spiele. Das wiederum ist in Abgrenzung zum Begriff Olympiade zu sehen. Die Olympiade bezeichnet ja den Zeitraum von vier Jahren und die Olympischen Spiele werden zur Feier einer Olympiade abgehalten. In Rio 2016, das waren die Spiele zur Feier der 31. Olympiade neuer Zeitrechnung.